Im Bewerbungscoaching behandeln wir Fragen wie, wie bewerbe ich mich richtig, wie optimiere ich meine Bewerbungsmappe, wie komme ich an die richtigen Jobs an, welche sind überhaupt die richtigen Jobs für mich, kann man sich aufs Vorstellungsgespräch vorbereiten. Aufgrund meiner langjährigen und vielseitigen Erfahrungen im Personalmanagement als Personalmanager und Personalleiter weiß ich, wie man sich richtig bewirbt. Und kenne die Schlüssel für eine erfolgreiche Jobsuche. Schenken Sie mir Vertrauen und ich mache Sie fit.